So dann der Bastelzeit. Heute mal wieder aus der Kategorie Dinge vorm Schrott bewahren. Mehr oder weniger. Und zwar eventuell kennt ihr sowas hier. Das ist so ein übliches Headset. In dem hier denn ist, die Dinger, die haben am Ende USB. Das heißt also, man braucht nicht irgendwie mit Klinkensteckern rum zu hantieren. Ist alles intern. Das heißt also, die Ansteuerung vom Mikrofon und das Generieren für den Sound läuft über quasi eine kleine USB-Soundkarte im Headset. Oder nicht ganz. Denn das ist nicht im Headset. Das ist nämlich hier in diesem Zwischending, was am Kabel dran ist. Da haben wir entsprechend die ganze Elektronik drin und noch ein paar Knöpfe. Einmal lauter und leiser machen. Und in der Mitte einen Knopf, um sich zu muten und zu unmuten. Auch mit einer LED. Ist ganz praktisch für Videokonferenzen. So, warum liegt er jetzt hier auf dem Tisch? Ist es kaputt? Nö, das hier nicht. Weil das hier gehört nicht zu dem hier. Ja, ein Kollege von mir, der hat das auch. Und man könnte jetzt irgendwelche Sachen zu Dickshell oder schlechte Laune sagen. Jedenfalls ist sein Headset kaputt. Und das ist Biont Repair. Aber das Anschlusskabel hier, das ist noch am Stück. Und Anschlusskabel klingt gut. Der Rest, der fehlt halt. Na gut. Sache ist aber, Anschlusskabel noch intakt. Und ich sag ja schon, hier ist eigentlich diese Soundkarte drin. Das heißt theoretisch, wenn ich jetzt hier diese blanken Drähte nicht ganz so rumbauen lasse, müsste man das Ding noch benutzen können, um irgendwie USB-Soundkarte zu spielen. Das heißt also zum Beispiel, um irgendwelche anderen Kopfhörer USB-fähig zu machen oder um Sound in den Rechner reinzukriegen. Ich würde mal sagen, das gucke mir nicht einfach mal an. Ich gehe jetzt einfach mal ganz, ganz, ganz mutig hin und stecke mal einfach das USB hier in meinen Rechner. Denn ja, hier die Kabel, die sind normalerweise relativ gut isoliert und sind jetzt nicht zusammen. Und selbst wenn, das wäre ja nur Audio. Sollte eigentlich nichts ausmachen. Gucken wir einfach mal. Wenn ich den hier einstecke, da kommt was. Logitech USB-Headset. Das klingt gut. Das heißt also offensichtlich, der ganze Digital-Part, der hier drin ist, der funktioniert wohl noch. Dann können wir mal gucken, ob ich das benutzen kann. Und was ich vorhabe, ist das als Line-In zu benutzen. Das heißt, ich habe zum Beispiel ein Tablet oder so und das würde ich gerne per USB zum Rechner schicken. Dafür ist hier das natürlich noch mal nicht geeignet, weil das ist halt für ein Mikrofon. Das heißt, da wird noch ein Verstärker zusätzlich drin sein. Aber mit Glück kann ich den so weit runterdrehen oder sogar abschalten, dass das nicht stört. So, jetzt suchen wir erstmal hier uns etwas, um das Ding mal auseinanderzuschrauben. Schauen wir mal, was da so im Inneren ist. Ich bin mir nicht sicher, ob es auf dem Kanal zu sehen ist. Ich habe sowas auf jeden Fall schon mal zerlegt für meine Ampel, die ich hatte. Da sehen wir doch. Ja, das sieht gut aus. Und hier ist auch die komplette Elektronik. Hier sind ein IC auf der Seite und ich meine, auf der anderen Seite war nur Taster. Ja, genau. Nur die Taster und die LED. Das heißt also, im Prinzip können wir jetzt hier dieses Kabel hier abmachen. Theoretisch kann man es natürlich noch weiter benutzen. Die Sache ist, ihr seht eventuell hier diese Farbcodierung und sehr, sehr dünne Litzen. Die sind lackiert und diese Lackierung, das ist meistens eher hässlich, damit zu arbeiten. Deswegen, wenn ich die hier abmache, ups, da ist sogar noch Kleber drüber. Wenn ich die abmache und direkt hier drangehe, dürfte das einfacher sein. Das einzige, was ich jetzt gerade noch gucke, ob es eine Beschriftung gibt, das scheint nicht so. Das heißt, ich sollte mir auf jeden Fall die Farben merken. Das ist jetzt natürlich ein bisschen schlechter, weil ich auch nicht weiß, was was ist. Ich meine, ich kann so ein bisschen vermuten, dass rot wahrscheinlich der rechte Kanal ist. Und da ist ein rot-blaues Kabel. Das wird ground sein, dann wird blau der linke sein und grün und der farblose wird dann das Mikrofon sein. Gut, ich mache mal gerade ein Bild davon und dann fangen wir mal an, hier Zeug wegzukratzen. Oh, okay. Ich dachte, es wäre Heißkleber. Es ist tatsächlich irgendein Acryl oder sowas. Also, ui, das sieht nicht so aus, ob das freiwillig abgeht. Das ist jetzt uncool. Dann muss ich wohl doch ans Kabel. Na gut. Tja, versuchen wir uns mal. Dann probieren wir erstmal die Soundausgabe, ob das Konzept überhaupt funktioniert. Hab ich hier irgendetwas, was Sound ausgeben kann. Ich gehe mal gerade suchen, ob ich noch eine alte Box oder sowas habe. Okay, ich habe hier noch eine Box gefunden. Wo sie herkommt, kann man sich, denke ich, jetzt denken. Ich gehe nicht davon aus, dass allzu viel rauskommt. Einfach weil das Ding hier ist halt dafür gedacht, einen kleinen Mini-Lautsprecher direkt auf dem Ohr zu befeuern und nicht ein Ding, was den ganzen Raum bespaßen soll. Oder was auch immer das hier ist. Steht hier irgendwas. 4 Ohm, 15 Watt RMS, 15 Watt Max. Also dafür ist das Ding nicht ausgelegt, aber es sollte zumindest mal ein bisschen was akustisch wahrnehmbar sein, wenn der ganze Kram funktioniert. Also gehen wir hier mal rein mit ein paar Kabeln und schauen, wo haben wir die anderen Enden. Hier einmal hier das von der Box und nehme das hier vom Ton selber. Was habe ich eben gesagt? Ich gehe davon aus, dass das hier Minus ist und blau die andere Seite. So, Minus ist gut, weil da sehe ich Lötzinn. Wo Lötzinn ist, ist kein Lack. Das heißt, den können wir schon mal direkt an Schwarz machen hier. Das ist der eine Pol im Prinzip, was man Minus und Plus macht es in den meisten Fällen ja egal. Aber mal gucken. Blau, ich sehe oben ein ganz kleines bisschen. Es ist die Frage, bist du Lack oder bist du eine Isolierung? Ich fürchte, das ist Lack. Also abisolieren bringt da nichts. Dann probieren wir die zweite Art, wie man das meistens macht. Und zwar, wir brennen es weg. Dazu suchen wir uns mal unseren Lötkolben. Machen den auf Temperatur Hölle. So, das gute alte 1 mm Brutzlerlot. Jetzt gehen wir einfach mal oben hin und machen mal heiß und hoffen, dass die Beschichtung wegschmilzt. Ich muss, denke ich, nicht erwähnen, dass man das in einem gut belüfteten Raum tun sollte. Da tut sich nicht wirklich was. Das ist das, weswegen ich nicht gerne mit diesen Drähten arbeite. Die gibt es meistens in zwei Varianten. Entweder die, wo der Lack nicht wirklich wegschmilzt. Oder die zweiten, wo der Lack zwar schmilzt, aber das Kabel halt gleich mit. Hier tut sich was. Das sieht gut aus. So, jetzt haben wir eine freie Stelle. Den Lack natürlich nicht am Lötkolben lassen. Den schön sauber machen. Und, theoretisch, müsste das jetzt funktionieren. So, jetzt ist natürlich mal ein anderes Kabel wieder aufhanden gekommen. Oh, was? Das hier. Jetzt hätte ich es natürlich auch direkt einfach festlöten können. Aber, hey, kriegen wir schon hin. Wir hatten angeschlossen den roten auf Plus. Den haben wir dann hier auf Blau. Rot und Blau, wie gesagt, eigentlich links und rechts, aber dadurch, dass wir jetzt nur eine Box haben. Und der andere auf diesen gestreiften... Moment mal. Ah! Der ist grün-rot gestreift. Grün war der, wo ich gesagt habe, der links. Super, habe ich auch noch den falschen hier abisoliert. Oder den Lack geschmolzen. Na gut, dann halt nochmal. Was man nicht im Kopf hat, hat man in der Arbeitszeit. So, alle guten Dinge sind drei. Also, du, du, rot, schwarz. Okay. Wetten dürfen jetzt abgegeben werden. Wird es funktionieren oder nicht? Erstmal sollten wir wieder USB einstecken. Wo ist das Ding hin? Da. So, kann noch mal gucken. Das dürfte eigentlich alles gehen. Das hier. Sollte beim Rest keine Kurzschlüsse machen. Okay. Dann stecken wir den Kram mal ein. Okay. Ich weiß nicht. Ja, doch. Sieht man auf der Kamera. Die rote Lampe ist an. Also, irgendwas lebt. Dann suchen wir uns mal etwas Ton. Ja, so weit, so gut. Der Krach hier funktioniert offensichtlich. Das heißt also, die USB-Soundcard an sich funktioniert hier. Und auch, ja, die Tasten scheinen zu funktionieren. Schaltet jetzt zwar nichts bei mir um, aber das kann sein, dass ich keinen Treiber habe. Heißt also, wir müssen im Prinzip auch in der Lage sein, den Mikrofonanschluss zu nutzen. Und ich denke, was ich jetzt machen werde, ist einfach hingehen und mal gucken, ob ich so 3,5 mm Klinkenbuchsen habe, die auch normalerweise am Rechner oder so Soundkarten und so dran sind. Und einfach davon ein paar hier dran löten. Eventuell noch ein schönes Gehäuse irgendwie da drum machen. Und dann habe ich hier eine USB-Soundkarte. Okay, Planänderung. Ich habe nur eine Buchse gefunden jetzt auf die Schnelle. Die mache ich mal als Tonausgang. Und für den Toneingang, ich sagte ja schon, ich möchte Tablets und so anschließen. Naja, die haben meistens eine Klinkenbuchse. Von daher, ich habe noch einen Stecker, der abgeschnitten ist. Nehmen wir einfach den und recyceln den einfach. Wir gucken, der ist leider mit zwei Kabeln. Gehen wir davon aus, der andere könnte dann entweder weiß oder rot sein, würde ich mal schätzen. Und was haben wir? Wir haben weiß. Okay, dann ist das hier der linke Kanal, das hier der rechte. Aber da unser Eingang hier ohnehin nur Mono ist, für ein Mikrofon, kann uns das relativ egal sein. Wir machen die einfach zusammen und dann passt das schon. Oder wir holen nur den, naja, wir holen nur den weißen Kanal. Lassen wir den anderen einfach weg. Das sollte eigentlich schon passen. Also zweite Seite einfach so ein bisschen aufgewickelt, dass da kein Kurzschluss passieren kann. Und die erste machen wir dann da dran. So, jetzt ziehen wir den aber erst mal wieder aus hier. So. Und suchen mal wieder die andere Seite. Da haben wir sie. Was haben wir gesagt? Den machen wir als Ausgang, den machen wir als Eingang. Und Eingang ist blau, haben wir gesagt. Das heißt, die beiden hier, die brauchen wir jetzt. Okay. Das heißt also, wir brauchen die und das und das und Lötkolben. Schauen wir mal, wie das hier bei den blanken aussieht. Ich fürchte, da ist nämlich auch ein Lack drauf. Auch wenn wir nicht sehen. Bei blau sehen wir ja, da ist oben auf jeden Fall Lötzinn dran. Das sollte passen. Und das sieht gut aus. Da hat was geblubbert. Jetzt müssten wir auch da Lötzinn haben. Wunderschön. Dann wäre das unsere Verbindung für unser Lining. Da müssen wir gleich auf jeden Fall noch messen, wie das aussieht. Denn, naja, so ein Headset, das ist ja in sich geschlossen. Das heißt also, sowohl der Kopfhörer als auch das Mikrofon sind normalerweise verpackt. Und es könnte sein, dass die hier hingegangen sind in der Elektrik und haben die Schirmung nicht auf Ground gelegt, sondern auf irgendwas Internes, weil das gerade besser gepasst hat und Bauteile gespart hat. Das wäre dann unschön für mich, weil das heißt, ich müsste da auch nochmal anrücken. Ansonsten könnte es nämlich passieren, dadurch, dass halt mein Tablet wahrscheinlich irgendwie seinen Kopfhöreranschluss oder Soundausgang nicht auf diesem internen Niveau hat, dass es da zu Problemen kommt. Gucken wir mal, wie es hier aussieht. Oh, der rote, den habe ich auch noch nicht abisoliert. Dann machen wir das noch schnell, bevor wir hier weitermachen. Und von hier rate ich jetzt einfach mal die Belegung, ich habe keine Lust, Datenblatt zu suchen. Denn wir sehen, wir haben ja fünf Pins, für Sound brauchen wir aber nur drei. Ich gehe davon aus, hier vorne, der ist Sleeve, Tip, Ring. Und das hier außen wird dann entweder nur für die mechanische Stabilität wahrscheinlich sogar nur sein. Oder geschaltet, wenn ich mir so richtig das angucke. Ne, der ist hier dran. Also die äußeren beiden Pins werden einfach nur Mechanik sein. Dann macht es das noch einfacher. Der Tip ist Left Audio, der Ring ist Right Audio. Okay. Das heißt also, wir gehen hinten anfangen. Erst mit dem linken Kanal, der wahrscheinlich grün ist. Dann der Ring ist der Right Audio. Und Sleeve ist Ground. Und ja, ich weiß, die Lötstellen sind alle Murks. Aber ihr kennt das ja, ich mache das hier gerade irgendwie so zwischen Tür und Angel. Und meine Motivation jetzt hier, dritte Hand und Pinzette und was auch immer noch zu holen, ist eher gering. Denn mir geht es eher darum, schnell fertig zu werden und am Ende ein halbwegs brauchbares Ding zu haben. Wenn es funktioniert, habe ich immer noch die Möglichkeit, den ganzen Kram ein bisschen schöner zu gestalten. Dann natürlich auch mit Gehäuse und sonst was. Aber für einen Test, ob es überhaupt funktioniert, reicht auch sowas hier. Muss nicht immer 100% sein, wenn weniger auch den Zweck erfüllt. So, Tip, Ring, Sleeve, passt. Die beiden passen. Das Einzige, was mich hier nervt, hier ist irgendwie so ein, zwei Strands, die lose rumflattern. Das ist nicht schön. Dann hoffen wir einfach mal, dass sie nirgendwo jetzt dran kommen beim Testen. Speaking of testen. Steggen wir den Kram mal wieder ein und hoffen, dass da noch was lebt. Wo sind wir? Okay, dann starte ich jetzt mal eine Audioausgabe, einfach weil ich nicht weiß, ob der sonst in Standby geht. Dann schauen wir mal, was der hier so sagt. Spannungstechnisch. Haben wir zwischen dem und dem hier eine Spannung? Nö, das ist gut. Haben wir zwischen dem hier und USB eine Spannung? Auch nicht, das ist noch besser. Und von hier auch nicht. Und hier müssten wir eine sehen. Da ist eine Spannung. Minus 2,7 Volt. Sind wir hier. Da ist jetzt DC nichts zu sehen. Okay, machen wir mal AC. AC ist ein bisschen schwieriger jetzt natürlich zu messen. Da ist nichts. Da ist auch nah nichts. Da ist nahe nichts. Und hier müssten wir es sehen. 300 Millivolt. Das sieht gut aus. Und der hintere. Unser linker Kanal. Auch. Okay. Dann suche ich mir mal irgendwas an analogen Kopfhörern. Mit Glück habe ich noch was da. Dann testen wir mal, ob hier Ton rauskommt. Und danach, ob wir auch Ton reingeben können. Okay. Dann gucken wir mal. Ich habe hier Chinas Finest Uhrhörer. Schauen wir die mal hier rein. Mit Glück kommt jetzt hier Ton raus. Und ich höre was. Das ist gut. Ich gucke jetzt mal hier, wenn ich nur links und rechts mache, was das so sagt. Das ist links. Steuert. Und rechts steuert auch. Wunderschön. Also Stereo Audio Ausgang klappt schon mal. Bleibt nur die Frage. Wie sieht es mit Audio Eingang aus? Dann klemme ich da jetzt mal erstmal ein Handy an. Weil Handy hat keine Stromnetzverbindung. Und ja, es gibt noch Handys, die etwas haben, was sich Kopfhöreranschluss nennt. Was natürlich nicht heißt, dass er funktioniert. Der scheint. Der Stecker nicht richtig. Wenn ich ihn reinstecke, interessiert das den nicht. Er kennt kein Headset. Gah. Gut, dann schauen wir direkt hier mit dem Tablet. Wir gucken. Hier ist gerade die Ausgabe an auf Port Speaker. Stecken wir mal was ein hier. Headphone eingesteckt. Okay. Er gibt was aus. Mit Glück kommt jetzt auch was an PC an. Lass mal schauen. Hier ist auch nicht gemutet. Port Microphone. Haben wir leider nicht viel Auswahl. Aufdrehen dringt auch nichts. Okay. Das will wohl noch nicht. Mist. Okay, versuchen wir das mal anders. Ich habe jetzt nichts eingesteckt. Und ich sehe hier unten so einen ganz klitzekleinen Ausschlag. Was passiert, wenn ich hier anpacke? Ja. Wird größer. Also. Der Eingang ist auf jeden Fall da. Das sieht soweit gut aus. Ähm. Wo ist das Ende vom Stecker? Wie sieht das da aus? Wenn ich da anpacke? Wird auch lauter. Also. Eigentlich sehe ich nicht, warum das nicht gehen sollte. Da haben wir hier. Ich habe noch den hier ja. Machen wir den mal da dran. So. Mikrofon. Den halte ich jetzt einfach mal ganz fresh hier. Tip and sleeve. Hallo? Hallo? Definitiv. Also Mikrofon funktioniert anscheinend auch. Okay. Also. Was auch immer das war. Irgendwas lebt. Wieso kommt dann kein Ton, wenn ich hier den Speaker-Test benutze? So kommt Ton. Wenn ich einstecke, kommt kein Ton mehr, oder was? Hm. Tatsächlich. Ton ist wieder weg. Scheint wohl wirklich so zu sein, dass das Ding komplett streikt, wenn es kein Mikrofon ist, was man da reingibt. Hm. Was ich noch machen könnte, wäre ein Koppelkondensator dazwischen. Denn aktuell gibt diese ganze Schaltung hier eine Betriebsspannung fürs Mikrofon aus. Vielleicht, dass das irgendwie Stress macht. Aber. Ich kann hier so weit reinpusten, wie ich will. Da kommt nichts raus. Also schauen wir mal, ob ein Kondensator da was hilft. Ich habe es natürlich nichts Passendes, aber ein 10 Mikrofarad Kerko wird es wohl fürs Erste tun. Wenn ich den Anfang von der Rolle hier finde. Ups. There we go. Prinzipiell gilt bei Audio-Kopplungen, je größer, desto besser. Größerer Kondensator, also bessere Werte, heißen in diesem Fall in den meisten Fällen, dass man auch tiefere Frequenzen übertragen kann. Wobei man für Audio-Anwendungen meistens eher nicht einen Kerko nutzt. Denn Kerkos, die können auch ausgelöst werden durch Vibrationen und so. Das ist natürlich für Audio-Anwendungen suboptimal, wenn durch Vibrationen da was anderes reinkoppelt, als das, was man haben will. Das heißt ja, normalerweise nimmt man da irgendwelche Folienkondensatoren oder sowas. Hauptsache, sie sind nicht gepolt, denn wir haben ja AC, unser Audiosignal. Und ja, ich gucke mal, was ich jetzt hier so auf die Schnelle hinbekomme, denn mir fehlt so ein bisschen jetzt gerade hier A, Motivation und B, das passende Werkzeug. Keine Pinzette hier und nur SMT-Kondensatoren. Viel Hoffnung mache ich mir eigentlich nicht, weil so ein Koppelkondensator ist eigentlich immer auch am Ausgang. Das heißt, den hätte ich jetzt eigentlich auch in dem Tablet erwartet, was ich jetzt hier zum Testen probiert hatte. So, mit Glück hält das Ding auch genügend Spannung aus. Wobei Audio ja meistens eher eine sehr kleine Spannung hat. Also, okay, versuchen wir das Ganze nochmal. Aufnahme läuft. Und wenn ich den jetzt hier nehme und hier einstecke. Zack, zack. Upp. Ich habe einen Brummen. Das hatte ich eben nicht. Play. Okay. Äh, deutlich übersteuert, aber es kommt Signal. Das sieht gut aus. Leiser, leiser, leiser. Ja, da ist was. Da ist etwas. Das, wobei das nicht gut aussieht, um es mal so zu sagen. Stoppen wir mal hier das Playback wieder und spielen das mal ab. Mal gucken, was rauskommt. Es ist zu erkennen. Hm. Moment mal. Ich habe vor einiger Zeit mir doch selber ein Mikrofon-Einspeise-Ding gebaut. Da hatte ich, glaube ich, Audio-Caps drin. Ich gucke mal gerade, ob ich die Kiste hier rumstehen habe. Die könnte sogar noch hier sein. Wenn ja, habe ich Audio-Caps. Und das sieht doch gut aus. Hier habe ich noch was. Zehn Mikrofahrrad auch. Aber Folie. Und vor allen Dingen, äh, das ist, glaube ich, irgendeine Markenware. Also, wahrscheinlich besser als dieser. Äh, ich habe da mal was aus der Kiste geholt. Auch wenn er, wenn ich richtig im Kopf habe, zehn Mikrofahrrad haben sollte. Das heißt, das ist so gleicher Wert. Aber mit Glück bringt es ja trotzdem was bei der Qualität. Ich meine, das ist jetzt auch nicht der beste Kondensator. Ihr seht, der ist an allen Stellen schon ein bisschen angekokelt. Aber ich hoffe einfach mal, dass er noch lebt. Und dann die andere Seite. Okay. Sieht erst mal okay aus. So, wieder ein bisschen auf Seite hier alles. Gut, aus. Und dafür Ton suchen. Wie sieht es aus? Nö, auch nicht wirklich besser. Also, anscheinend kriegen wir nicht bessere Qualität raus. Eventuell kann ich da noch ein bisschen was machen, indem ich, genau, die Ausgabe auf dem Tablet tiefer stelle und da höher. Kann ich mal gucken. So, den ziehen wir mal. Ja. Den ziehen wir mal runter. Den ziehen wir mal runter. So. Den hier hoch. Ah, das sieht doch schon besser aus. So, noch ein bisschen runter mit dem Signal. Ticken hoch. So, das sieht gut aus. Ja. Ich denke, damit können wir leben. Das sieht auf jeden Fall deutlich besser aus. Und, klingt es auch besser. Ja, das ist okay. 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 Und habe dann zusätzlich hier von abgehend noch dieses wunderschöne Kabelchen, was hier rausgeht. Mit 3,5er Klinke am Ende. Ja. Ja. Und ja, den kann ich dann in mein Tablet einstecken, um dann entsprechend den Sound von meinem Tablet in PC reinzubekommen. Und ja, sind wir ehrlich, das hier so zu bauen, das macht an vielen Stellen eigentlich keinen Sinn. Die USB-Soundkarte kostet halt nicht wirklich was, das heißt also finanziell lohnt sich sowas eigentlich nicht. Von der Optik her, naja, reden wir nicht drüber. Und auch von der Funktionalität, ja, das ist jetzt wahrscheinlich nicht die beste Idee, einen Leinpegel durch einen Mikrofoneingang zu schicken. Aber es reicht halt für meine Zwecke aus. Und hier so habe ich direkt ein paar Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Zum einen, das hier wandert nicht auf den Elektroschrott, sondern hat jetzt nochmal sein zweites Leben. Zum anderen, wie gesagt, ich wollte für mein Tablet ohnehin etwas haben, dass ich hier den Ton irgendwie in meinen Rechner reinbekomme. Das heißt, ich hätte mir jetzt ohnehin eine USB-Soundkarte kaufen müssen, was A, mich Geld gekostet hätte, B, Ressourcen gekostet hätte und C, naja, aktuell ist die Situation mit China nicht so dolle. Das heißt, wenn ich die direkt von den Herstellern gekauft hätte, ja, aktuell ist deren Erfolgsquote Dinger zum Ziel zu bringen und das auch noch pünktlich eher gering. Nun gut, ich kann jetzt hier mein Tablet fleißig bespielen, habe das Ding in der Tasche, wenn ich irgendwo per USB mein Tablet anbinden möchte und ich würde mal sagen, damit tut hier das Ding wieder, was es für meine Zwecke jetzt auch soll.